Vielen Dank an die, die noch Probleme sind. Also wir sind auch ziemlich froh, dass dann doch noch heute da war. Ja, also Sebastian, ich gebe dir vollkommen recht. Ja, vielleicht nicht am Anfang des zweiten Tages, aber mal gucken. Und es ist halt schön gewesen, wir haben eine sehr positive Rückmeldung gekriegt und ich denke, hoffe, es wird eine weitere Veranstaltung geben. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Das Format wird dann noch geklärt werden. Es schreit ja in eine Richtung, mehrfach sozusagen und das könnte auch so sein. Vom Rhythmus her sind diese eineinhalb Jahre zwischen den Tagungen eigentlich gar nicht so schlecht. Wir werden dann irgendwann im Frühjahr, eben ein Frühjahr, das ist auch durchaus interessant und angenehm sein, aber heute ist ja auch schön. Jetzt das letzte Wort, Herr Thomas, als Organisator hier im Vorort. Ja, ich bedanke mich bei allen, die da waren und da geblieben sind. Ich hatte sehr recht positive Feedbacks bis jetzt überall in sämtlichen Gesprächen. Ich sage, wenn wir das in den Tagungsblock stellen, wie gesagt, durchaus auch gerne kommentieren. Wir sind es ja gewohnt. Wir sind ja auch geschult, mit harten Kommentaren umzugehen. Also machen Sie es ruhig. Wir wollen ja besser werden. Eines werden wir auf jeden Fall machen. Wenn wir ein Archivcamp machen, wird es nicht Arschcamp heißen. Es wird auf jeden Fall Arschcamp heißen. Das habe ich schon durchgeführt. Ich bin schon inständig gebeten worden. Also Frank Tentl, ich wollte gerade sagen, fiel vor mir auf die Knie und sagte, bitte nicht Arschcamp. Und wo ich dann auch gesagt habe, ja, soweit sind wir schon und wir haben auch schon das I eingefügt. Und zwar an der richtigen Stelle. Und soweit sind wir. Und ich denke, dahin sollten wir weitergehen. Und wir haben gesehen, es funktioniert bei den Mediefisten. Also bitte, das sollen wir doch schaffen. Und ich hoffe, dass wir uns dann wirklich in anderthalb Jahren noch alle wiedersehen und eine ähnlich fruchtbare Tagung im Leben, wie hier jetzt in Siegen, wenn ich das mal so überheblich und mit Selbstbeweihräucherung antworten darf. Nochmal vielen Dank, dass Sie alle da waren.